In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Betragsungleichungen lösen kann. Die wichtigsten Eigenschaften der Betragsfunktion bzw. die grundlegende Vorgehensweise beim Lösen von Betragsungleichungen werden wir uns jetzt anhand eines einfachen Beispiels anschauen. Unsere Beispielaufgabe lautet, Betrag von x ist größer gleich 1 und wie ihr seht, es gibt kaum eine leichtere Beispielaufgabe, mit der man anfangen könnte. Und diese Ungleichung werden wir jetzt als erstes grafisch lösen. Der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Um den rechnerischen Weg nachzuvollziehen, ist es in erster Reihe sehr wichtig zu verstehen, wie die Betragsstiche eine Funktion grafisch verändern. Also nehme ich hier diesen Koordinatsystem und als erstes werde ich die Funktion in dieser Betragsstiche hier eintragen. Das ist natürlich das x oder besser gesagt das y gleich x. Sieht dann so aus und es ist eigentlich zur Erinnerung die erste Winkelhalbiende. Jetzt werden wir auf diese Funktion die Betragsfunktion anwenden. Danach wird sie dann so aussehen. Versuchen wir jetzt nachzuvollziehen, was mit dieser Funktion eigentlich passiert ist. Und zwar, wenn ihr genauer das Schaubild anschaut, seht ihr, dass der negative Anteil der Funktion, also dieser Teil der Funktion, was sich unter der x-Achse befindet, komplett an der x-Achse gespiegelt wurde, sodass er wieder positiv ist. Genau das passiert eigentlich mit jeder Funktion, wenn man sie in Betrag nimmt. Alle Bereiche der Funktion, die unter der x-Achse liegen, werden gespiegelt an der x-Achse und tauchen im positiven Bereich auf. Die linke Seite der Ungleichung ist eigentlich damit erledigt. Jetzt kümmern wir uns um die rechte Seite. Da steht eine 1. Die 1 kann man sich auch als eine waagerechte Geraden vorstellen. Sieht dann wie folgt aus, y gleich 1. Und jetzt müssen wir schauen, in welchen Bereichen die Ungleichung erfüllt ist. Also, diese grüne Funktion muss größer gleich 1 sein. Oder, vereinfacht formuliert, über die orangene Linie liegen. Und wie sehen, hier haben wir Grenzen bei 1 und minus 1. Und links vor der minus 1, also in diesem Bereich hier Richtung minusunendlich und auch rechts vor der 1, in diesem Bereich hier Richtung plusunendlich, liegt überall die grüne Gerade über die orangene. Das bedeutet, diese zwei Bereiche sind auch unsere Lösungsmenge oder Lösungsintervalle. Diese Lösungsmenge kann man auch wie folgt angeben, so wie rechts abgebildet. Und zwar einmal von minusunendlich bis minus 1 oder von 1 bis unendlich. Beachtet bitte, bei minus 1 und 1 handelt es sich um geschlossene Intervalle, weil die Ungleichung verlangt, dass Betrag von nichts größer gleich 1 ist. Deshalb sind die minus 1 und die 1 mit dabei in dieser Intervalle. Bei minus und plusunendlich, wie üblich, runde Klammer, also offene Intervalle. Und jetzt kommt der rechnerische Lösungsweg. Und hier werden wir übersichtshalber das Ganze in zwei Fälle unterscheiden. Und zwar diese zwei Fälle entsprechen dem rechten und dem linken Bereich bei der grafischen Lösung. Im Fall 1 betrachten wir erstmal den rechten Bereich. Und zwar die Randbedienung lautet dann, dass x eine positive Zahl ist, also eine Zahl, die größer gleich 0 ist. Und für diese Voraussetzung oder für diese Randbedienung werden wir jetzt die Ungleichung lösen. Für die Ungleichung bedeutet das, dass die Betragsstriche eigentlich überflüssig sind und man sie vereinfacht gesehen weglassen kann bei dieser Ungleichung. Also bleibt eigentlich nur noch x größer gleich 1 übrig. Beachtet bitte, dass hier bei dem Aufstellen der Randbedienung bzw. das Lösen der Ungleichung eigentlich keine Umformungen notwendig sind, weil unser Beispiel sehr einfach ist. Im Normalfall muss man hier schon einiges tun. Und das werden wir natürlich auch bei unserer zweiten Beispielaufgabe sehen, die selbstverständlich ein bisschen anspruchsvoller ist. Allerdings sind wir hier bei diesem Fall 1 bei weitem noch nicht fertig. Um den eigentlichen Lösungsintervall herauszufinden, müssen wir die Randbedienung und die Lösung der Ungleichung sozusagen miteinander vergleichen oder in Verbindung bringen. Das kann man vereinfacht sehr einfach anhand einer Zahlenstrahlachse machen. Ich habe sie jetzt einfach x-Achse genannt. Wo wir diese zwei Lösungen eintragen, also zur Orientierung habe ich hier 0 und 1 genommen, und wir fangen erst mal mit der Randbedienung an. Die sagt uns, dass x größer gleich 0 sein muss. Das bedeutet, der Bereich, der uns in diesem Fall interessiert, ist von 0 auf nach rechts Richtung plus unendlich. Beim Lösen der Ungleichung haben wir als Bedingung x größer gleich 1 bestimmt. Das bedeutet, alles ab 1 bis unendlich. Und jetzt ist es natürlich wichtig, wo sich diese zwei Bereiche überschneiden. Und ich glaube, das kann man einfach nicht verfehlen hier. Das ist natürlich dieser Bereich, das Richtung unendlich geht. Deshalb lautet unser Lösungsintervall alles von 1 bis unendlich. Also genau das, was wir auf der rechten Seite vorher auch grafisch gesehen haben. Und jetzt sind wir im Fall 2, also bei der linken Seite in unserer grafischen Lösung. Und zwar, wieder Randbedienung und Ungleichung sind wichtig. Die Randbedienung ist in diesem Fall x kleiner 0. Also deshalb gehen wir davon aus, dass wir uns auf der linken Seite von der y-Achse befinden. Und wir müssen dann diese Ungleichung lösen. Jetzt merkt ihr schon, da hat sich was verändert. Da steht ein Minuszeichen vor dem x. Naja, der Grund dafür ist ganz einfach. Wenn wir davon ausgehen, dass das x negativ ist, müssen wir es natürlich wieder positiv machen. Und das macht man, indem man einfach ein Minus davor setzt. Und so nach dem Motto, Minus, Minus ergibt natürlich Plus. Und diese kleine Ungleichung müssen wir jetzt entsprechend noch nach x umformen. Das bedeutet, ihr dürft diese Ungleichung mit Minus 1 multiplizieren oder teilen. Und in diesem Fall sieht die Ungleichung dann so aus. x ist kleiner gleich Minus 1. Zur Erinnerung, wenn ihr eine Ungleichung mit einer negativen Zahl multipliziert oder teilt, ändert sich das Ungleichzeichen. Oder dreht sich um, wie auch immer das man sagen möchte. Und jetzt bringen wir natürlich auch diese zwei Sachen miteinander in Verbindung. Also wir tragen wieder alles an eine x-Achse an. Zur Übersicht habe ich die Minus 1 und die 0 gewählt. Wir fangen wieder an mit der Randbedingung. Das heißt, x muss kleiner als 0 sein. Und weil es nicht kleiner gleich ist oder nur kleiner ist, habe ich extra gestrichelt den Strich bei 0 hier angesetzt. Und das Zweite ist, x muss kleiner gleich Minus 1 sein. Hier wieder durchgehende Linie. Und natürlich schauen wir wieder nach dem Bereich, wo sie sich überschneiden. Und das wäre dieser Bereich hier, das natürlich nach links Richtung Minus und endlich läuft. Deshalb lautet unser Lösungsintervall Minus unendlich bis Minus 1. Und die gesamte Lösungsmenge wäre dann so wie bei der grafischen Lösung Minus unendlich bis Minus 1 oder 1 bis Unendlich. Und jetzt ist es Zeit, dass wir uns vom Schwierigkeitsgrad ein bisschen steigern. Sonst wird es ja langweilig. Diesmal werde ich mit dem rechnerischen Lösungsweg anfangen und uns nur am Ende mit dem grafischen überprüfen. Und wir fangen natürlich mit Fall 1 an. Und als erstes wollen wir die erste Randbedingung. Genauso wie vorher gehen wir davon aus, dass dieser Term hier im Betrag, also dieser 2x-1, als erstes positiv ist. Also, ich schreibe einfach hier, 2x-1 ist größer gleich 0. Und diesmal haben wir ein bisschen was zu tun. Und zwar, wir müssen hier nach x umformen. Das bedeutet, wir bringen erstmal die Minus 1 rüber mit Plus 1. Entsprechend haben wir dann 2x ist größer gleich 1. Dann teilen wir durch 2. 2 ist eine positive Zahl, deshalb ändert sich gar nichts bei dem Ungleichzeichen. Und somit haben wir x größer gleich 1 halb. Also, das war jetzt unsere Randbedingung. Jetzt folgt die Lösung der Ungleichung. Also, wenn wir davon ausgehen, dass dieser Term hier positiv ist im Betrag, dann brauchen wir sozusagen die Betragsstiche nicht. Also, lassen wir sie einfach weg. Entsprechend haben wir dann hier 2x-1 ist größer gleich 1 plus x. Und natürlich müssen wir auch diese Ungleichung nach x umstellen. Das heißt, x von der rechten Seite wandert auf der linken Seite. Und die Minus 1, die link steht, wandert mit Plus 1 auf der rechten Seite. Entsprechend haben wir dann hier x ist größer gleich 2. Dann bringen wir natürlich wieder diese 2 Sachen in Verbindung und tragen sie an so eine Zahlenstrahlachse. Also, ich habe die 0,5, also 1 halb und die 2 schon eingetragen. Die Randbedingung lautet, x ist größer gleich 1 halb. Sieht dann so aus. Und bei der Ungleichung kam raus, x ist größer gleich 2. Das heißt für uns, wir interessieren uns wieder für den Bereich, wo sie sich überschneiden. Das wäre das hier, von 2 bis unendlich. Und das können wir dann auch als Lösungsmenge angeben. Also, bei 2 geschlossener Intervall. Das würde 2 gehört dazu. Und bei unendlich natürlich ein offener Intervall. Im Fall 2 gehen wir bei der Randbedingung davon aus, dass dieser Term hier im Betrag 2x-1 diesmal negativ ist. Deshalb schreibe ich hier hinten 2x-1 ist kleiner als 0 und lösen erstmal diese Ungleichung. Also, wir bringen die 1 rüber, die Minus 1 rüber mit Plus 1. Dann haben wir 2x ist kleiner als 1. Und dann entsprechend noch geteilt durch 2. Somit ist x kleiner als 1 halb. Also, das ist die sogenannte Randbedingung. Jetzt beim Lösen der Ungleichung müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn dieser 2x-1 eine negative Zahl ist, müssen wir sie wieder positiv machen. Also ein Minus davor setzen. In diesem Fall wird es natürlich eine Minusklammer. Also, Minusklammer auf 2x-1. Ist dann größer gleich 1 plus x. Naja, in der ersten Reihe sollten wir diese Minusklammer auflösen. Wir haben dann minus 2x plus 1 ist größer gleich 1 plus x. Und jetzt müssen wir natürlich wieder nach x umformen. Ich werde erstmal das x rüber bringen mit minus x. Und dann noch die 1 von links mit minus 1 auf der rechten Seite. Entsprechend haben wir dann minus 3x. ist größer gleich und 1 minus 1 ergibt 0. Am Ende teilen wir noch durch minus 3. Und somit ist x kleiner gleich, also das Ungleichzeichen dreht sich wieder um wegen der negativen Zahl hinten, 0. Und jetzt bringen wir wieder diese Lösungen in Verbindung. Also, wir tragen wieder alles ein an dieser Zahlenstrahlachse. In erster Reihe x ist kleiner als 0,5. Und dann zweitens x ist kleiner gleich 0. Wir interessieren uns selbstverständlich wieder für diesen Bereich hier, wo sie sich überschneiden. Und damit haben wir auch in diesem Fall unser Lösungsintervall. Und zwar von minus unendlich bis 0. Wobei die 0 natürlich wieder dabei ist. Also, die Lösungsmenge wäre dann die Vereinigung dieser zwei Intervalle. Und zum Schluss zur Überprüfung noch die grafische Lösung. Also, hier ist unser Koordinatsystem. Und wir tragen wieder zuerst die Funktion 2x minus 1 ein in diesem Koordinatsystem. Dann wenden wir darauf die Betragsstiche an. Das bedeutet, der negative Anteil, was sich unter der x-Achse befindet, wird an der x-Achse gespiegelt. Sieht dann so aus. Und dann tragen wir noch die Gerade mit der Gleichung 1 plus x oder x plus 1 hier ein. Das ist die Orangene. Und jetzt gucken wir, wo die Grüne gerade über die Orangene liegt. Also, das heißt, auf der rechten Seite, habe ich zufällig hier angefangen, passiert es ab dem Wert 2 auf der x-Achse. Also, das ist dieser Bereich hier, der nach rechts offen ist. Und auf der linken Seite passiert das ab 0. Ja, die 0 kann man sich hier gut vorstellen. Und das ist dieser Bereich hier Richtung minusunendlich. Also, die Lösungsmenge, wie bereits besprochen, lautet dann minusunendlich bis 0 oder 2 bis unendlich. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, die euch weiterhelfen könnten. Natürlich gibt es auch Betragsumgleichungen mit quadratischen Funktionen oder auch andere Polynomfunktionen, sowie Betragsumgleichungen mit zwei Betragsfunktionen. Das ist dann die Königsklasse bei den Betragsumgleichungen mit einer vierfache Fallunterscheidung. Außerdem ist es nicht verkehrt, wenn ihr allgemein die Bedeutung der Betragsfunktion kennt und auch in der Lage seid, Ungleichungen zu lösen. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.